Hallo liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen hier wieder auf dem Kanal Opa spielt zu einer neuen Aufnahme zu einer neuen Aufnahmesession und heute bin ich mit habe ich drei Gäste nämlich zum einen Pascal Hallo Pascal Hallo zum anderen Tomcat Hallo Tomcat ja hallo und zum dritten habe ich hier wo bin ich denn jetzt im Fallschacht und zum dritten habe ich wo man wie heißt doch Motoko nein wie ist der Kanal Name noch Mokiko TV Mokiko Mokoto ist ein anderer so und der gute Mokiko auf seinem Kanal das sind über 400 folgen Minecraft ne let's play ja glaube ich schon hätte ich nicht gedacht ganz schön lange dabei so kommen wir hier rüber ja ich habe mich gerade hier schon ein bisschen umgeguckt hier vorne genau hier in der Kiste sind Sachen drin die du anziehen kannst ok benutzen kannst das ist alles gescheitert das ganze dann auch behalten muss ich dann noch mal auffüllen ja vielleicht mal das anziehen richtig die sind alle gleich aus die Gäste weil sie alle das Diamant Zeugs nehmen ja du musst ja Opa Zehren der hatte der hatte was anderes genommen so also ja wir haben jetzt seit mehreren Monaten schon versucht hier uns zu verabreden aber jetzt endlich geklappt endlich ja endlich geklappt und dann werden wir erstmal was zu essen holen das heißt das brauchen wir nicht da gebe ich dir einfach die Hälfte von meinem erstmal ab ja Moment so bisschen mehr als die Hälfte frisches Hähnchen sehr frisches Hähnchen noch mal genug ja so was möchtest du machen möchtest du nur dumm rumstehen möchtest du eine Führung machen möchtest du was bauen von ich glaube du hattest auch schon lange keine großartige Führung mehr gemacht mit anderen oder war das nicht so das hat sich auch schon einiges getan das ist richtig gut dann machen wir mal eine Führung da wird es das wird den ein oder anderen sicher auch freuen ja es ist halt mir gedacht zack zack hallo Rex ich habe heute einen Gast gucke mal was ist Tomcat erschreckt dich nicht diese Katze im Namen hat ja genau ich bin aber keine Katze so hier hat alles angefangen sagt oben ist meine etage höher hier hat alles angefangen ja stimmt das ist das Sandsteingebäude mit den Glasfassaden und der Phänomenalen Übersicht und der Phänomenalen Übersicht und auch das hier ist ziemlich am Anfang schon da gewesen wo bist du jetzt ich bin gerade beim Fernseher ja geh mal auf die andere Seite raus da ist so eine Tür ja ja was hier um die Tür klappert ach dann da hinten denn bei dir haben sie ja man auf die andere Seite habe ich gesagt hier so und das habe ich auch ziemlich am Anfang gebaut wobei das jetzt inzwischen schon dreimal umgeändert wurde das war komplett zu oder das war so eine Art Schwanenhals war das ja das war mal komplett zu dann habe ich es aufgemacht und dann wurde es ja eisig und dann musste ich es wieder zu machen mit Glas da unten siehst du das Wahrzeichen das Auge das magische Auge genau das ist echt super ja es sich mal dass ich dieses Ding oder so allgemein habe ich gedacht so ein Tor so ein Höllenportal sieht ja irgendwie aus wie so eine Pupille und das bot sich da fast an ja stimmt damals war es ja auch noch so dass die Portale nur diese größer haben konnten ja ja richtig naja ist ja auch muss ja auch nicht größer sein eigentlich naja ein bisschen na gut Pferde passen ja durch zwei durch mittlerweile wobei kann man mit dem Pferd ins Nähter Rex kannst du ins Nähter achten wir uns was zu essen haben ja weiß ich nicht keine Ahnung das ist ja die Zeit haben wir auch gerade eben hast du gedacht okay aber ob Rex ins Nähter kann müsste man mal ausprobieren Rex na so das ist ja nicht dass er nicht dass ich eifersüchtig werde hier so da gehen wir eine Etage tiefer und da blicken wir hier in mein Gewächshaus rein ganz neu da hinten die Melonen die habe ich erst in der letzten Aufnahme gefunden ja ich habe in der letzten Folge also die habe ich jetzt noch nicht ganz gesehen ich habe da mal ein bisschen sporadisch reingeguckt damit ich nicht ganz unvorbereitet bin ja da ich ja gesehen dass du ein Ärztehaus baust ja ach so weit bist du schon ja ja richtig genau ja und hier die der Zauberraum mit der schönsten Aussicht ja und die Learen die in der Luft schwimmen und die Learen in der Luft schwimmen das ist ja echt einmalig das glaube ich auch also die lasse ich da auch stehen da kommt da nichts dran ja aber hier wo der Garten ist da war mal ein Wohnzimmer oder hier unten nee da war mal ein Lager ich war mal ein Lager unter das Wohnzimmer war immer oben okay ich hatte oben und dann hatte ich hier unten ausgeschafft für ein Lager das ist ja nun schon dreimal zweimal verschoben worden oder verzogen sagen wir mal so so dann die U-Bahn hier steht ja auch Lager wann habe ich das gebaut Lager erbaut 155 59 ist auch schon ganz sehr lange Gewächshaus naja das ist dann halt schon ein bisschen jünger und ihr seid ganz jung gell ihr Melonen ganz frische zwei ganz frische so gehen wir jetzt gehen wir mal durch diesen hässlichen Geheimgang durch meine ganz ist mir das ja nicht fremd ja aber wenn man denn selber doch hier drin ist ist es genauso wie zum Beispiel beim beim Ceron auch das ist ganz anders ja das stimmt wenn man die gänge hier so selber lang geht so das ist wahr deswegen ich lade ich mir auch zum Beispiel gerne let's place runter wenn es das zum Angebot gibt das Angebot gibt von anderen dass man da auch mal selber so rumlaufen kann zum Beispiel Eroini der macht ja ein riesen da macht er da ein riesen spektakel noch tausendmal größer als meine fast und zumindest von den folgen ja ja und das ist ja schon dann der wahnsinn und da gehe ich auch gerne mal rum ich würde auch lieber seine folgen gucken aber das ist ich habe im moment so viel produktprojekte dass ich gar nicht zum gucken komme ja kenne ich so dann mache ich dir noch ein Bettchen hier falls bei uns mal wo bist du hier um da oben so falls es Nacht wird falls es mal Nacht wird und wir auf freiem Feld überrascht werden so hier siehst du Ceron's Flimmerkiste da war Opa Ceron dabei als ich die so getauft hat stimmt das Kino ja das habe ich auch gesehen den Bau wo du daran gearbeitet hast das Kino ich sehe liebe Zuschauer das ist ein sehr treuer Zuschauer ja zwar nicht jede Folge muss ich mir gestehen aber ja gut das geht ja auch kaum richtig so zum Biergarten so beim Kino ist auch in der Nähe das Krankenhaus oder war das nicht so das kommt darauf an wie wie man näher definiert also es ist eine ganze Ecke weg hier ist erstmal der Biergarten mit der schönen Aussicht was ich letztens schon mal gesehen habe der QR-Code da unten der QR-Code geht entweder auf meinen Kanal oder auf Twitter das weiß ich jetzt nicht aber ab und zu testen dass mal Leute die kommen dann auch irgendwo hin also das funktioniert echt glaube er hat das von dem Porg ist der Kilian hat das mal getestet und einer meiner letzten Gäste auch Onkel Poppy genau der hat das auch getestet die kam glaube ich bei meinem Twitter Account ich weiß das selber nicht weil ich so ein Zeug nicht habe kann ich nicht nach kann ich nicht testen aber der funktioniert also funktioniert ja das ist es da gab es so eine Seite da konnte man sich so Twitter Code selber erzeugen und ja dann so kann man schon schlafen teste mal ob du schon schlafen nichts noch nicht noch nicht warum noch nicht sollte eigentlich jetzt ein QR-Code ist natürlich ja es gibt das in der Seite wo man eine QR-Code erzeugen kann da habe ich dann auch da ist so eine blöde leere Fläche da in dem in der Sandmine kann man das ja machen soll gehen wir hier mal rum da kommen wir dann wo kommen wir hin ins Gefängnis ich weiß es ja ich fragte ich nur ab und zu damit ich sehe ob du es auch weißt ach so muss nur eingerichtet werden hier da haben es noch so ein paar wach mal so ein paar Tische oder was sind für die wachleute aber immerhin sind die Zellen schon fertig eingerichtet kommst du nicht wieder raus wenn du reingehst dann bleib ich davor na bei mir die Zellen die ich auch vor gar nicht so langer Zeit gebaut habe habe ich aus dem Hebel dran gemacht dass man quasi als Werther dann reingehen kann und die Handstellen abmachen könnte und dann wieder rauskommt das ist gar keine so schlechte Idee das merke ich mir mal mit dem Hebel so was machen wir jetzt das gehen wir mal gehen wir mal hier runter ja genau eine Etasche tiefer nichts noch eine da sind wir hier an dem großen Eingang da unten ja ja den zum Beispiel kenne ich gar nicht glaube ich kennst du gar nicht na da gehen wir mal runter kann dich nicht hier musst du aussteigen der ist schon etwas länger ach das sind steinstufen ich habe gedacht das sind ja auch schon 200 folgen plus richtig ja hier war mal gar nichts gar kein Eingang aber ich hatte hier dann mein erstes lager hier auf der rechten seite sieht man hier noch ganz am anfang in der folge 28 gebaut sieht alles ein bisschen naja hier werde ich auch noch was bauen ja die ist dann auch so eine Wachstube muss auch noch mal was eingerichtet werden das hier war doch auch ziemlich weit am anfang oder das war ganz am anfang das war überhaupt der erste Raum den ich überhaupt gebaut hatte als zweites kam dann diese geheimtreppe die jetzt nicht mehr so geheim ist wo man dann wo geht es denn jetzt lang hier sie verlief mal anders sie verläuft immer wieder anders aber jetzt läuft sie eigentlich gar nicht so geheim hier hoch man hört richtig die Töne wenn man hier hoch läuft so bist du noch hinter mir ja na klar so und dann kommen wir hier wieder raus gehen wir mal zum Krankenhaus wo du das gerade so erwähnt hast da hinten siehst du das stimmt das kreuz ja ja genau und hier ist auch das Erztehaus jetzt in Bau das sieht alles jetzt schon ein bisschen enger los hier naheliegend ja ja das Krankenhaus das Krankenhaus ok und die hier vorne warum ist hier jetzt zu zum also warum ist jetzt eine Metalltür weil da hinten eine radioaktive Strahlung ist das ist nämlich ein MRT ich erkenne es jetzt ja ich habe gerade überlegt mit Rund bin ich radioaktiv Rund Strahlung wollte ich sagen radioaktiv wäre schlecht hmm stimmt ein MRT aber das MRT ist ja hier noch Platz also hat noch deutlich viel Platz im Gegensatz zu den anderen also originalen da liegt man ja wirklich in so einem kleinen Rohr hier ist der OP-Saal und der ist schön der ist schön geworden mit den Schränken dann ja für die Instrumente ganze Instrumente da hier so ein paar so dann geht es hier wieder hoch dann sind wir ja bei den Krankenschwestern oder wem auch immer oder Krankenbrüdern und hier sind die Krankenzimmer erster, zweiter und dritter Klasse stimmt hier mit Dusche ah schön bei so einem warmen Wetter muss man duschen ja das ist Irrsinn also ich schwitze hier wie so ein Affe in dem Raum ja obwohl es gar nicht so kalt ist eigentlich draußen jetzt äh gar nicht so warm ist stimmt draußen ist wirklich aber das ist ja der wärmste Raum hier und zweitens steht dann auch noch der Computer da drin ja das produziert natürlich schön Hitze so hier drei Bezimmer oh ja am Fenster aber man kann noch nicht schlafen ist noch hell nee da sind wir noch ist schon wieder dunkel nee so hier ist so eine Art Lift aha und das ist so was ja das habe ich gerade auch gehört die Spinne oder was das ist gerade hier war ja ich höre sie jetzt auch irgendwo ist einer ist aber kein Problem so hier bin ich was ist hier geplant hier soll eine Bücherei hin oder Bibliothek die also steil am Hang gebaut werden soll okay unter des erstes drunter und dann hier raus und da hinten soll also neuer Stadtteil da habe ich schon mal wieder so ein Häuschen bekommen im Rahmen der Mitbau Aktion kommen ja immer mal wieder welche und auch Leute die was bauen wie zum Beispiel Oma Luise hier den Stall gebaut hat den hat Oma Luise gebaut den hat Oma Luise gebaut er ist nicht schlecht ja ja der ist schön geworden sieht gut aus sieht aus wie ein Stall der ist ja auch einer genau so und dann haben wir hier so ein paar Häuser von Gästen von Eroini oder von hier von von Kane Games von Cedric Elsius rechts von mir so wo bist du hin jetzt? hinter dir hast du eine Minimap? ich habe leider dann muss ich dir immer Bescheid sagen ja okay dann muss ich dir immer Bescheid sagen so hier dann die Jungs von Roxo LP haben hier gebaut oder hier Opa Ceron der hat sich in der ersten Mal also hier zu Gast war dass ich auch nur rumführen lassen und dann hat er irgendwann gesagt ah jetzt muss ich aber doch bauen naja naja man man sieht ja auch wenn man nicht alle das Gleichheit sieht also in den Folgen dann ist halt schon interessant wenn man mal so so hier sind jetzt die letzten Häuser von zwei Gästen die hier waren einmal hier oben Christina LP und eine Etage darunter das halbe Haus von Onkel Poppy guck mal hier in das Haus von Christina LP ich weiß nicht wenn das schon mal gesehen hast bei der Aufnahme ich glaube nicht ich glaube nicht dann gehen wir mal hier runter die hat also echt was geschafft hier das ist der Wahnsinn das ist schon ein richtiges Monster Haus geworden hier ist ja auch genau mein Ding mit vielen Pflanzen mit Dusche und einem richtig riesigen Schwimmbad hier also sie hatte da drei Stunden ausgehöhlt hat die ganze Diamant Axt hat sie dann schließlich aufgebraucht das will ja schon was heißen ah ja doch ich kann mich hier daran erinnern mit dem Schirm und der Liege den Liegetüchern ja das habe ich schon gesehen ne das ist echt Wahnsinn alles schön mit Teppich ausgelegt ja danach war man die Jurid alle so mit Gärtchen nah hohen ach hier kommt man nicht mehr raus hier mache ich mal eine Tür ein glaube ich ähm dann muss man da drüben raus das hier ist ja interessant was mit dem mit dem Eis ja es ist ja hier ähm hier gefriert ja alles ne ja wir sind ja hier auf einer Höhe von was habe ich hier äh 102 da ist schon eisig mhm aber dass dann trotzdem noch das Getreide wächst meine ich ja das ist vielleicht noch gewachsen naja doch stimmt hast recht ja das muss man sich mal merken ich dachte immer das geht dann nicht weil ich hatte zum Beispiel manchmal das Problem dass dieses halt ins Wasser gefallen ist und ich dann halt ins Wasser gehen muss und erstmal langsamer und so so mit dem Eis genau hier unten ganz viele Hühner ja die Hühnerfarm ist defekt die brechen alle aus hier ist dann Stephans Haus ach ja genau im Moment da muss ich jetzt mal gerade gucken habe ich das hier ja da habe ich es genau zurück gehen wir mal in die Valhalla oh jetzt wird es ach interessant ich kann im Moment gar kein ich muss noch so ein Ding hier machen na gut alles voll aber das ist mir erstmal egal ich muss jetzt mal hier kurz guck dir mal die ganzen Schrumpfköpfe an t ich wusste gar nicht dass man so die Köpfe von anderen halt importieren kann ja ja da habe ich mal irgendwo sowas gelesen von so einem Befehl und bei Cedric Elsus ist ja das auch das sind da so ein paar Dinger und auch auf vielen Servern hast du das ja an hatte sowieso pvp-Server oder was hat es schon ganz schön viel Besuch wie ich sehe ach so es wird übrigens Nacht ja das macht nichts da legen wir uns halt mal hin da gehen wir mày ja ach ach A A A A